Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Wir sind heute auf der Desktop Edition und werden wahrscheinlich am Wochenende wieder auf die Handy-Version gehen. Aber ich möchte heute einfach versuchen, Leute. Ich möchte versuchen, ob wir es schaffen, dass wir dieses Pferd hier kaufen können. Ihr habt gesagt oder viele von euch haben gesagt, wir sollen 10 Millionen zusammenbekommen, um Meek Explosion zu kaufen, um die Maus dann zu verkaufen. Ich bin gespannt, Leute. Schaffen wir es, dass wir das Pferd für 10 Millionen Gold kaufen? Ja oder nein? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Wenn wir ein paar richtig gute Runs haben, dann könnte es was werden. Aber, Leute, bevor wir das machen, gehen wir rein zu unseren Pferden und verkaufen Cake Crow. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir... Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind mit einem Fluch belegt, Leute. Das klingt extrem. Ich glaube aber wirklich dran. Denn, Leute, wir bekommen nur noch Greys. Ich kann Grey nicht mehr sehen und ich finde es immer lustig, wenn jemand auf Facebook schreibt, er würde sich wünschen, dass es mehr Greys im Spiel gibt. Really? Noch mehr? Lasst mich bitte. Ich möchte nicht so viele Greys. Es gibt viele Greys, die wirklich super, super süß aussehen. Aber wenn man einmal Grey in seiner Linie hat, dann... Das zieht sich durch wie... Ich weiß nicht was, Leute. Das war in... Ach, ich weiß nicht. Das war in Horse auch schon so. Und in... Wie ist das andere Spiel, das ich lange gespielt habe? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn man einmal ein Grey hatte, dann kriegt man die nicht mehr raus. Von daher... Cake Crow. Tschüss, du kleiner Bub. Bye, bye. Ich hoffe, du kommst zu jemandem, der Grey richtig krass feiert, weil ich gehöre nicht dazu. Dann gehen wir rein zu Intriguing Incident. Und... Und... Ähm... Sie ist eine Stute. Und sie hat gar nicht so schlechte Werte, Leute. Aber jetzt wartet bitte kurz. Wartet bitte. Ja, Mensch. Ein Grey. Puh. Das ist ja schön, oder? Äh, no. Noch ein Grey. Wir bekommen nur Grey-Fohlen, Leute. Es regt mich einfach so krass auf. Ich kann es keinem Menschen sagen. Wir müssen die Greys in unserem Stall einfach nur loswerden. Okay. Aber ihr habt gesagt, wir sollen es nochmal probieren. Mit Commander Capsule. Denn... Ähm... Wie sagt man der... Wer... Wer findet auch mal ein Korn? Blindes Huhn? Ah, ein Blindes Huhn, glaub ich, oder? Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Leute, von heute. Ihr habt gesagt, der ist nicht Doppelt Grey. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ihr sagt, das sieht anders aus, wenn der Doppelt Grey ist. I don't know. Ich hab keine Ahnung, wie ein Doppelt Grey aussieht, der Black ist. Ich hab nur den und ich hab nachgeguckt und der, den ich auf der Desktop Edition... Auf der Desktop Edition? Was? Was ist denn mit mir? Auf der Handy-Version hab. Sieht tatsächlich genauso aus. Der hat auch nur ein Grey. Wenn Doppelt Grey anders aussieht, dann keine Ahnung, wie es aussieht, Leute. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Er wird ein Grey-Gen haben, aber dieses Grey-Gen vererbt sich wie die Pest. Das klingt echt schlimm, aber es ist einfach so. Leute, drückt uns die Daumen, dass wir mit Thoughtful Monday jetzt einen nicht-Greyen Hengst züchten. Denn dann züchten wir mit dem einfach weiter, verkaufen Commander und vergessen einfach, dass das jemals passiert ist. Let's go. Wir überspringen das Ganze natürlich. Und was bekommen wir? Ja, bitte nix Grey. Bitte ich... Leute, wir können mit diesem Hengst einfach nicht mehr decken. Wir können mit diesem Hengst nicht mehr decken. Das bringt nichts. Lasst uns das so machen. Wir versuchen jetzt, 10 Millionen zusammen zu bekommen, weil je öfter wir decken, Leute, desto weniger Geld haben wir. Wir versuchen jetzt, 10 Millionen zu bekommen, dieses Pferd zu kaufen, dieses Pferd zu verkaufen. Dann sind wir ein Level weiter und können hoffentlich dann irgendwie bessere Pferde züchten mit einem anderen Hengst. Okay. Die kleine Maus heißt Vibrant Glass und ist auch noch ein Vorne-Pferd. Wir besuchen sie trotzdem, die kleine Maus. Wir können sie hier auf der Destro-Pedition leider nicht streicheln, was ein bisschen schade ist. Aber sie ist eigentlich mega, mega schick. Leute, ich liebe die Badger Faces. Und seht ihr, wir hatten noch ein kleines Update. Jetzt sieht es noch natürlicher aus, das Badger Face. Und das sieht mega hübsch aus. Aber Leute, diese Greyfoolen machen mich einfach echt fertig. Dann gehen wir rein in die Rennen. Und falls ihr euch gerade fragt, wie ich das immer mache mit den Rennen. Ich gucke quasi, ob wir eine Chance haben zu gewinnen. Das ist hier der Fall. Magical Temptation hat 4,2. Dann wähle ich sie aus. Wähle einen Jockey, der hoffentlich gewinnen kann. Und wette auf Sieg. Und dann überspringe ich das Rennen und gucke, was wir dabei gewinnen. Und ihr seht, wenn wir dieses Rennen gewinnen, dann können wir extrem viel Geld damit machen. Wenn wir natürlich reinscheißen und Siebter werden, dann haben wir gerade 75.000 verloren. Okay, Leute. 100 Stunden später bin ich wieder da. Denn es ist... Leute, ich glaube, das Update hat das Rennen schwieriger gemacht auf der PC-Version. Weil ich konnte jetzt kaum ein Rennen finden, wo wir irgendeine Chance hätten. Wir sind jetzt in Elder Rock mit unserer Earthly Princess. Und wir nehmen mal eine bessere Quote und gucken, was dann passiert. Denn normalerweise ist es echt richtig einfach, auf der Desktop-Edition Geld zu verdienen. Aber anscheinend gerade nicht. Wir mussten 120.000 Gold bezahlen. Und wenn wir jetzt wieder reinscheißen, Leute, dann wird es... Nein, wir haben gewonnen. Yes, 238.000. Aber ich hätte gesagt, es ist jetzt schwieriger geworden, Geld zu verdienen. Denn, ich weiß nicht, früher habe ich da locker mal eine halbe Million bekommen. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, Leute, jetzt haben wir schon 6,8 Millionen. Ich bin jetzt ein bisschen alleine gegangen, weil ich gucken wollte, wie schwierig es mittlerweile ist, zu gewinnen. Und es ist genauso schwierig oder vielleicht ein bisschen schwieriger tatsächlich wieder vor. Wir nehmen mal die allerbeste Quote, denn mit der habe ich jetzt auch gerade richtig viel Geld gewonnen. Wir gucken einfach mal. Denn, wenn wir das Ding gewinnen, dann bekommen wir quasi alles wieder zurück und noch mehr. Und letztendlich genau so gewinne ich Geld. Ich bekomme immer so viele Kommentare, wie man auf der Desktop Edition am besten Geld verdienen kann. Das funktioniert natürlich auf der Handy-Version nicht, da ihr da nicht unlimitiert racen könnt. Zumindest nicht, wenn nicht so ein Wochenende ist. Aber wir haben jetzt, ich glaube, eine halbe Million. Ja, wir haben jetzt eine halbe Million bekommen, mussten aber 150.000 bezahlen. Das heißt, mit diesem einen Rennen haben wir 350.000 gemacht. Ich versuche das Ganze jetzt bis 10 Millionen und dann sind wir gleich zurück. Eine Ewigkeit später. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben 9,959 Millionen. Wir holen jetzt noch die Auszahlung ab. Da bekommen wir nochmal knapp 30.000. Und um die 10 Millionen voll zu bekommen, gehen wir jetzt nochmal gemeinsam das Rennen. Ich bin stur des Rennen 2 gegangen in Elder Rock. Und zwar immer mit Earthly Princess. Ich habe dabei immer versucht, dass wir ungefähr 2 unterschiedlich haben. Und hier ist es jetzt nicht ganz perfekt. Mal gucken, ob wir das Rennen gewinnen. Ansonsten muss ich nochmal ein Rennen gehen, Leute. Das wäre jetzt mega traurig. Aber bis jetzt hat sie tatsächlich alle Rennen gewonnen. Alle Rennen. Und das ist mega, mega cool. Magical Temptation ist nicht so gut. Die kackt auch manchmal richtig rein. Aber die kleine Earthly ist bis jetzt immer richtig. Jawohl. Oh mein Gott, Leute. Sie ist wieder Erster geworden. Sie ist der absolute Oberknaller. Und ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte von Rival Stars Horse Racing PC Version, beziehungsweise Desktop Edition, haben wir 10 Millionen Gold. Um Meek zu kaufen, müssen wir uns natürlich von Intriguing Incident verabschieden. Tschüss, du kleine Maus. Bye, bye. Und Leute, dann gehen wir in den Markt. Und hier ist sie. Meek Explosion. Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass wir es geschafft haben. Wir haben 10 Millionen Gold zusammengekratzt. Und kaufen jetzt Meek Explosion, um sie tatsächlich dann wieder zu verkaufen, dass wir Level 18 werden. Lasst sie uns abholen. Oh mein Gott, da kommt sie. Oha, sie ist mega schick. Sie ist ein Grey. Und es war natürlich Absicht, dass ich einen Grey erstellt habe. Denn Greys in meinem Stall no more, Leute. Definitiv nicht mehr. Ich habe zu viele Greys gezüchtet in den letzten Wochen. Somit sind wir jetzt pleite. Leute, wir haben noch 427.494 Gold. Ich glaube, ich war monatelang nicht mehr so pleite, Leute. Aber nicht so schlimm. Hier ist die kleine Maus. Sie ist mega süß. Ich persönlich finde sie ehrlich gesagt mega, mega süß. Sie hat eine Beschleunigung von 162. Wenn wir nochmal ganz kurz rausgehen und in die Ziele reingucken, dann heißt es hier, verkaufe ein Pferd mit Beschleunigungsstatistik von 162 oder höher. Das heißt, wir gehen nochmal rein zu Meek Explosion, verkaufen die kleine Maus für 57.700. Wir haben sie gerade für 10 Millionen gekauft und verkaufen sie jetzt für 57.000. Fühlen wir uns veräppelt? Definitiv ein bisschen, Leute. Wir verkaufen die kleine Maus. Tschüss, du kleine Maus. Bye, bye. Drücken, fertig und holen. Das letzte Ziel ab, Leute. Oh mein Gott, nice. Danke, dass du das Training geregelt hast, TJ. Kein Problem. Wie läuft es als Francis Vertretung? Ich verstehe, warum er so gestresst ist. Es gibt viel zu tun. Yes. Und? Und? Ja! Wir sind Level 18. Neue Ziele verfügbar, Funktionen freigeschaltet, neue Anpassungen verfügbar. Und, Leute, wir bekommen 555.000 Gold. Somit haben wir jetzt wieder eine Million. Hier werden wir gleich erschlagen von allen möglichen Zielen. Das, was uns natürlich am meisten interessiert, Leute, ist, ob wir die Fohlbox auf Stufe 18 verbessern und dann gleich noch bessere Pferde züchten können. Das hätte ich gesagt. Gucken wir aber beim nächsten Mal. Da holen wir dann auch die kleine Vibrant Glass ab und versuchen, ein Pferd zu züchten, das nicht gray ist. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst es dir gerne in den Like, in den Kommentaren und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus! Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.